Eigentlich hatte der FC Sachsen geladen, um den neuen Geschäftsführer Lars Schauer vorzustellen. Und auch Martin Polten sollte anwesend sein, denn morgen sollte er bereits das erste Training leiten. Der 55-Jährige wollte seinen Job im öffentlichen Dienst in Delitzsch aber nicht aufgeben und gab den Sachsen einen Korb. Uns ging eigentlich darum, diese Planstelle behalten zu können, beziehungsweise eine adäquate Stelle dann hier in Leipzig zu finden. Wir waren der Meinung, dass wir Unterstützung bekommen, das zu realisieren. Das ist nicht geschehen und alle Bemühungen, die wir gestartet haben, sind im Sande verlaufen. Selbst die Spieler, die eigentlich nur das neue Trikot des FC Sachsen präsentieren sollten, hatten keine Ahnung. Es ist schon jetzt eine schwierige Situation, weil wir uns alle darauf eingestellt haben, mit Martin Polten zu arbeiten. Und jetzt wird so kurzfristig entschieden, dass er nicht Trainer wird und es ist schon schwierig jetzt. Michael Breitkopf wird vorerst das Training leiten, will aber nach wie vor nur der zweite Mann sein. Der FC Sachsen startet also ohne Chefcoach in die Regionalliga-Saison.